Ein herzliches Hallo zu meinem MinLog-Kurs. Es freut mich voll, dass ich jetzt endlich wieder Videos über Mathematik machen kann. Ich habe jetzt endlich eine vom FVF finanzierte Postdoc-Stelle an der TU Wien bekommen. Und in dem Projekt, das ich dort leiten werde, wird es extrem viel um Beweisassistenten gehen. Beweisassistenten sind eben Computerprogramme, mit deren Hilfe man Beweise schreibt. Überprüft und mit denen halt weiter arbeitet. MinLog ist jetzt eben so ein Beweisassistent, mit dem ich schon sehr lange arbeite. Ich habe den schon während meiner Bachelorarbeit genutzt. Bis hin zu meiner Doktorarbeit hat sich das dann intensiv hochgezogen. Und ja, zur Auffrischung möchte ich jetzt diesen Kurs erstellen. Ziel ist es eben, dass man hier alle Befehle lernt, die man braucht, um im MinLog schöne Beweise zu schreiben. Das gilt für mich, aber auch für die Zuschauer. Nicht nur um schöne Beweise übrigens zu schreiben, sondern auch mit den Beweisen zu arbeiten. Da werden wir eben drauf eingehen. Mein Ziel ist auch, das in einer deutlich höheren Qualität zu machen, wie bisher meine Videos. Da habe ich auch schon einige Sachen vorbereitet. Wie man zum Beispiel das Mikrofon hier. Und jetzt wäre mir hier noch eine Vorbemerkung wichtig. MinLog beruht auf der Theorie der berechenbaren Funktionale, oder kurz TCF genannt. Und die Theorie selber ist relativ komplex. Und das werden wir nicht alles abdecken können. Was wir machen, ist praktisch das Lernen durch Beispiele. Also das heißt, wir werden bisher die Anwendung von der ganzen Theorie lernen. Wie man die Beweise darin formalisiert, und so weiter. Und das ist dann insofern das erste Niveau. Wenn man jetzt weitermachen will, kann man ein Niveau höher gehen. Und dann praktisch die genaue Theorie der berechenbaren Funktionale studieren. Da werde ich selbstverständlich links immer anbringen, wo man die zugrunde liegende Theorie lernen kann. Aber wie gesagt, das ist schon ein Semester Arbeit, dass man das komplett durchdrungen hat. Allgemein werden wir es so machen, wie kleine Kinder eigentlich auch Sprachen lernen, würde ich sagen. Heißt, die lernen ja ungefähr so Sprachen, dass sie jetzt nicht die Grammatik und die Vokabeln in alle Einzelheiten lernen. Sondern ja, die lernen halt immer das, worauf sie gerade Lust haben oder nehmen das auf, was ihnen gerade passt und versuchen sich dann damit auszudrücken und damit zu arbeiten, was sie gerade haben. Und so wollen wir es eigentlich auch machen. Das gilt nicht nur für Minlog, sondern auch für die Programmiersprache, in der Minlog geschrieben ist. Das ist Scheme und eigentlich auch für die, ja, wir brauchen so ein Interface, also auch für die Programme, die wir da brauchen, wie wir verwenden Emacs oder Git oder so. Da ist das alles mehr so ein Mittel zum Zweck. Natürlich werden wir eh am besten an auf Minlog eingehen. Gut, mit dem möchte ich jetzt dann gleich reinschauen, wie man Minlog installieren kann, wo es das gibt. Und ja, starten wir gleich, indem wir einen Blick auf die Minlog-Webseite werfen. Das hier ist jetzt die Minlog-Webseite. Den Link gibt es selbstverständlich in der Beschreibung. Gehen wir die mal ein bisschen durch. Also hier hat man erst so allgemeine Informationen zu Minlog. Hier gibt es ein sogenanntes Minlog-Pad. Das ist von Valentin Herrmann, einem Studenten. Und da kann man Minlog im Browser öffnen. Da muss man keine lange Installation machen, sondern es geht direkt im Browser. Ist durchaus gut, um sicher bisher erstmal mit Minlog zu spielen. Ich würde aber trotzdem langfristig, wenn man es öfters nutzt, eine Version auf dem eigenen PC empfehlen. Trotzdem auf jeden Fall sinnvoll, vor allem, wenn man vielleicht auch anderen schnell das mal zeigen will. Da kann man den Link verschicken und die können das dann auch sehen. Hier sieht man jetzt, was es für Paper zu Minlog gibt. Insbesondere, wo es erklärt wird und auch ein bisschen Fallbeispiele. Das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Da ist hier zum Beispiel sogar ein Paper von mir drin. Und da kann man auf jeden Fall reinschauen, wenn man ein bisschen Informationen braucht. Ich verlinke natürlich noch mehr Informationen zu Minlog und auch zur Theorie dahinter in der Beschreibung, der Videobeschreibung. So, was uns jetzt aber hauptsächlich interessiert, vielleicht ist hier die Installation. Installieren kann man Minlog theoretisch auf jeder Plattform. Mac, Linux und Windows natürlich. Ich persönlich habe mich allerdings bei Windows ein bisschen schwer getan. Was ich gemacht habe, war dann eine virtuelle Maschine zu installieren und darauf Linux installiert und dann auf dem Linux-System Minlog. Linux ist wirklich am einfachsten, um Minlog zum Laufen zu bringen. Da braucht man nur ein paar Programme aus der Anwendungsverwaltung. Ich habe hier ja auch Linux Mint und da ist es wirklich ziemlich einfach gewesen. Ich gehe hier mal drauf, wie man es eigentlich machen sollte, also welche Programme man braucht. Erstmal braucht man Interpreter. Da nimmt man, ja, also Scheme-Interpreter. Minlog ist ja in Scheme geschrieben. Da würde sich jetzt Chess-Scheme anbieten. Macht ziemlich viel Sinn. Da gibt es jetzt auch schon höhere Versionen als 9.4. Man kann da immer die aktuellste nehmen oder eine ziemlich aktuelle. Ja, um den Interpreter dann natürlich laufen zu lassen, braucht man so ein Interface. Hier bietet sich Emacs an. Das ist da sehr gut geeignet. Das werden wir auch verwenden. Ich werde auch im Laufe des Kurses auch auf Shortcuts und Bedienung von Emacs eingehen. So immer so am Rande halt, was erklärt wird. Wenn man jetzt diese beiden Sachen hat, also den Interpreter von Scheme und das Interface, dann will man ja Minlog auf den Rechner bringen und das geht hier durch Git. Also Git erzeugt dann einen Klon in den entsprechenden Ordner, den man haben will. So, und da wird dann auch so ein PDF durch Latich-Code erzeugt. Deswegen braucht man dieses PDF-Latich. Wenn man das nicht hat, kann es noch zu einer Fehlermeldung kommen. Das hat bei mir auch mal ein bisschen länger gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich das noch nicht hatte. Also die vier Sachen braucht man, um Minlog laufen zu lassen. Und der Linux, wie gesagt, ist es am einfachsten. Hier wird dann eben genauer erklärt, wie das installiert wird. Da gehe ich jetzt gar nicht so weiter drauf ein. Das kann man sich durchlesen. Hier steht zum Beispiel noch explizit, was man bei Windows machen sollte. Aber das hängt ja immer von der Plattform ab. Aber das wäre dann eben nützlich, sich das vorher durchzulesen. Hier steht dann eben, das machen wir aber jetzt gleich alles, wie man dann Linux zum Laufen kriegt. Ja. Gut, hier steht dann noch was extra zu Mac. Das kann man sich auch noch durchlesen, wenn man das hat. Oder auch für Windows manchmal sinnvoll. Genau, hier wäre dann noch, steht noch was Wichtiges über den Dev-Branch. Wenn bei Git, wenn man das mittels Git dann auf sein Laufwerk klont, dann kann man in den Dev-Branch wechseln. Oder es gibt eben auch den Master-Branch. Der Master-Branch ist stabil und gut getestet und funktioniert gut. Hat natürlich nicht so viele Funktionen wie der Dev-Branch. Da werden schon neuere Sachen experimentell verwendet. Läuft eigentlich, bisher hatte ich keine Probleme. Er läuft also eigentlich sehr gut. Aber es ist halt noch nicht so gut getestet. Also da kann es schneller zu Problemen kommen. Wie gesagt, ich hatte noch keine. Aber das sagt ja noch nichts. Ja, das letzte hier. Gut, da steht dann noch, wo man sich einschreiben kann, wenn man Informationen zum Inlog hat und an wen man sich wenden kann. Gut. Gut, dann starten wir mal, indem wir ins Minlog-Interface schauen. Das hier ist jetzt der Emacs-Client und hier drin werden wir Scheme-Befehle schreiben und mit Minlog arbeiten. Ich zeige jetzt erstmal, wie man hier manuell Minlog einbindet. Es gibt da auch eine Automatisierung. Wie gehe ich dann im Anschluss ein? Aber zum Verständnis denke ich, ist ganz gut, dass man weiß, was passiert, dass man eben erstmal sie anschaut, wie man das manuell einbindet. Dafür drücke ich jetzt Alt-X. Dann steht auch hier unten MX. Das steht für Meter. Also bei Mac drücke ich Meter-X. Und gebe hier Run Scheme ein. Und drücke Enter. So, und dann öffnet sich auch schon Scheme oder die Scheme-Konsole. Und hier kann ich jetzt Scheme-Code eintippen und dann wird der interpretiert und ich kriege eine Ausgabe. Wir machen das auch gleich, indem wir Minlog einladen. Dazu schauen wir jetzt nochmal auf den Minlog-Pfad. Ich habe hier diesen Ordner Minlog großgeschrieben, erstellt und habe hier durch Git Minlog reingeklont. Dann gibt es hier diesen Ordner Minlog kleingeschrieben. Dann klicke ich drauf und dann interessiert mich diese Datei init.scheme. Die ist eben die, die Minlog lädt. Die wollen wir jetzt eben einladen. Dazu muss ich hier den Pfad klicken. Steuerung C, machen wir hier zu. Dann mache ich Klammer auf, Load. Und in normalen Anführungszeichen den Pfad, also den, was ich kopiert habe, mit dem init.scheme noch dazu. Mache wieder Klammern zu, so schaut ein Scheme-Befehl aus. Hat immer Klammern drumherum. Und jetzt drücke ich Enter. Scheme arbeitet ein bisschen und gibt uns zurück das Minlog erfolgreich geladen. So, und damit ist es eigentlich schon gemacht. Allerdings ist es das vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Denn es ist eigentlich so, ich gebe hier einen Scheme-Befehl ein und kriege was zurück. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwas eingebaut, kriege ich halt zum Beispiel eine Exception zurück. Ja, was man aber eher möchte, und so werden wir auch arbeiten, dass man auf der einen Seite den, die Scheme-Befehl hat und auf der anderen Seite die Ausgabe. Damit man hier nicht nur übersichtlich ist, sondern kann man die Befehle auch abspeichern und immer wieder mal einladen. Und dafür teilen wir jetzt das Fenster. Dafür drücken wir STRG X und beispielsweise 2. Wenn ich STRG X 2 drücke, dann habe ich hier eine horizontale Teilung. Hier im Moment habe ich das gleiche drin. Ich kann aber auch STRG X und jetzt mal wieder eine 1 drücken. Dann schließt sich eins der Fenster. Und ich habe nur noch das da. Und wenn ich jetzt STRG X 3 drücke, und so werden wir es jetzt auch hauptsächlich machen, habe ich hier eine vertikale Teilung. Und ja, damit kann ich jetzt eigentlich arbeiten. Ich kann jetzt hier dann Dateien laden. Aber bevor wir das machen, möchte ich auch zeigen, das Ganze geht auch automatisch. Da gehe ich wieder hier in den MinLog-Ordner rein und nehme diese Datei. Die heißt einfach nur MinLog klein geschrieben. Wenn ich hier doppelt draufklicke, kann ich die ausführen und im Terminal ausführen. Macht keinen Unterschied. Und dann habe ich auch zwei Fenster. Im einen ist MinLog geladen, im anderen steht noch nichts. Und so kann man dann auch weiter arbeiten. Das hat hier sogar, wenn man das zwei verschiedene Fenster hat, das heißt, hier wurde Emacs praktisch zweimal geöffnet. Kann man hier auch normal machen. Aber der Vorteil ist halt, dass man das dann irgendwie auch bei zwei Monitoren oder mehr auf einen anderen Monitor schieben kann. Wir brauchen das jetzt nicht. Wir teilen das so, wie ich es gerade gemacht habe, ein. Mal schließen das hier also wieder. Und hier laden wir jetzt eine MinLog-Datei auf. Da drücke ich hier auf das Plus. Und gehe in den MinLog-Ordner rein. Und hier gibt es die Example-Datei und die Lib-Ordner. Examples sind die Beispiele und Lib ist die Library. Da gibt es auch was. Wir gehen jetzt mal auf Examples rein. Auf Test. Und ich habe da schon was vorbereitet. Und zwar erster Beweispunkt Scheme. Das haben wir jetzt hier drin geöffnet. Also in dem gerade aktiven Fenster. Und hier steht immer noch die Ausgabe von Scheme. Das erste, was hier steht, ist tatsächlich dieser Load-Befehl. Den kann ich jetzt nochmal einladen. Dafür drücke ich STRG X, STRG E. Und dann lädt das nochmal. Also hier zeigt uns jetzt nochmal an, dass MinLog erfolgreich geladen wurde. Hat uns jetzt nichts gebracht. Aber so lädt man diese Befehle, die hier stehen, ein. Dazu kann ich entweder hier hinten drauf gehen. Ich kann auch alles markieren und das laden. Oder was sehr praktisch ist, ist wenn ich am Anfang von der nächsten Zeile bin. Beispielsweise hier bei diesem Befehl. Was wir jetzt machen wollen, ist eine Aussage beweisen. Die steht schon hier. Ich denke, die kann man auch halbwegs gut verstehen. Also, aber trotzdem gehen wir die mal durch. Also hier, dieses Symbol ist der Implikationspfeil. Macht auch Sinn. Einfach ein Pfeil. Und da gibt es noch Klammern. Und wichtig hier ist zu wissen, dass ein Implikationspfeil rechtsassoziativ ist. Bedeutet zum Beispiel A, Implizit B, Implizit C, was hier in Klammern steht, ist Äquivalent zu der Aussage hier. Das ist so definiert. Also diese Klammern braucht man aber nicht. Die lässt man weg. Normalerweise ist es ja eher linksassoziativ. Bei allen anderen Operatoren. Nur hier ist es jetzt Ausdauer. Und wenn wir jetzt die einbeziehen wollen, also der Interpreter kennt hier schon fast alles, aber die Aussagen A, B und C müssen wir noch definieren. Und das machen wir mit diesem Befehl, add par name. Mit Bindestrichen dazwischen. Das ist auch wieder ein Scheme-Befehl, der jetzt für MinLog ist. Und nach dem geben wir hier drei Variablen ein. Das kann jetzt ABC sein, was durchaus Sinn macht. Ich könnte aber hier auch irgendwie mehr schreiben. Auch Groß- und Kleinschreibungen beliebig machen. Was ich nicht machen kann, ist, dass ich irgendwie Zahlen oder irgendwas dazwischen mache. Aber am Ende dürfen Zahlen stehen. Ich könnte hier zum Beispiel C12 schreiben. Oder irgendwie sowas. Das geht, aber ich kann nicht C12C schreiben. Das würde ein Fehler geben. Wir machen jetzt ABC. Und hier steht jetzt noch Make Arity. Das ist die, auf Deutsch ungefähr so, Stelligkeit übersetzt. Das heißt, wenn wir später natürlich eine Zahl haben, könnte man hier noch, welche Argumenten diese Variablen Namen nehmen. Also beispielsweise würde ich dann hier PassType als py eingeben und dann hier nut für natürliche Zahlen. Dann würde das eine natürliche Zahl als Argumenten. Das wollen wir jetzt nicht, sondern wir wollen gar nichts haben als Argumente. Und machen deswegen die Klammer danach gleich wieder zu. Und jetzt laden wir das ein, indem wir hier am Anfang der nächsten Zeile gehen und Steuern x, Steuern g drücken. Sagt er uns eben, dass diese Variablen hinzugefügt wurden. Gut, und mit denen können wir jetzt eben diese Aussage hier als Zielformel setzen. Und das geht mit dem Befehl setGoal. Und ja, da gehe ich jetzt einfach wieder hinter den Befehl und mache STRG x, STRG e. Hier noch wichtig zu sagen, der Abstand selber hier ist nicht wichtig. Also ich kann hier auch das irgendwie zusammendrücken, beispielsweise. Und wenn ich das wieder einlade, dann gibt das uns wieder in dieser normalen Form aus. Und was man dann eigentlich macht, ist, dass man die Ausgabe hier, wenn man die schön kriegt, dann einfach hier auf Kieren geht und die praktisch hier in der schönen Form wieder einfügt. Das ist sinnvoll, wenn man langere Sachen hat und zum Beispiel auch dann Zeilenumbrüche reinkriegt, dass man dann so eine schöne normalisierte Form hat. Das ist eigentlich ganz schön und sinnvoll. So, aber wir wollen jetzt diese Aussage hier beweisen, die hier steht. Also wir haben hier bei der Aussage, steht hier am Anfang, unten die Aussage, die wir beweisen wollen. Und oben steht jetzt noch nichts. Also wir haben hier oben von diesem Strich. Da würde aber der Kontext stehen. Das heißt, das sind die Aussagen, die wir zur Verfügung haben. Und wir haben jetzt hier eine Implikation zu zeigen. Und die zeigt man ja dadurch, indem man die Prämisse annennt und die Konklusion zeigen möchte. Das ist das, was vor der Implikation versteht, Konklusion, was dahinter steht. Wir haben im Endeffekt hier drei Implikationen. Und das machen wir jetzt so, dass wir alle drei Prämissen gleichzeitig in den Kontext nehmen. Das geht hier mit dem Befehl Assume. Ich könnte jetzt hier auch nur eine Prämisse in den Kontext nehmen. Assume nimmt dann immer einen Marker für die Prämisse. Also in dem Fall, man kann eine Zahl nehmen, man kann auch ein String nehmen. In dem Fall nehme ich jetzt eine Zahl 1, 2, 3. In dem Fall. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, 3, schreibe ich statt 3 einfach mal Annahme 1. Oder Annahme 3, vielleicht Annahme 3 ist wohl besser. Und drücke jetzt hier, Steuern X, Steuern E wieder. Und dann haben wir das neue Ziel C, also das letzte von der Prämisse, von der Implikation, also die Konklusion. Und haben die drei Prämissen als Annahme. Jetzt fällt mir aber auf, Annahme 3 ist doch nicht so schön. Was mache ich? Ich will das wieder rückgängig machen. Da gibt es einen Befehl, sollte man es sich unbedingt merken. Der heißt undo. Da mache ich nämlich den letzten Schritt zurück. So, jetzt haben wir wieder das. Und jetzt kann ich das umbenennen und sage, okay, dann nenne ich es halt nur 3. Beachtet, Zahlen brauchen keine Anführungszeichen. Strings natürlich schon. Das ist ja Strings. Gut. So, wir wollen die Aussage C jetzt beweisen. Das ist unser neues Goal. Und wir haben 1, 2 und 3, also diese Aussagen als mögliche Annahmen. Und wir sehen, dass das C hier bei der Aussage 1 da hinten passt. Und deswegen verwenden wir jetzt dieses C, oder die Aussage 1, eben um C zu beweisen. Und das machen wir mit Use 1. Und da müssen wir eben die Prämisse beweisen. Und wir haben sogar zwei Prämissen. Die müssen wir beweisen. So, wir sehen jetzt, dass wir zwei neu offene Ziele haben. Das ist die Prämisse A und die Prämisse B. Prämisse A können wir direkt beweisen, weil die dritte Annahme hier A ist. Und das machen wir dann einfach mit Use 3. Und Prämisse, also dieses B, die zweite Prämisse von der Komplikation 1, die können wir durch das 2 beweisen, weil das B ganz hinten steht. Deswegen gehen wir jetzt auf Use 2. So. Übrigens, hier gibt es noch einen kleinen Trick. Wenn man möchte, dass dieses Bildlauf mitgeht, dann muss man immer den Pfeil oder den Cursor hinter diesem letzten Pfeil platzieren, damit der Bildlauf mitgeht. So. Wir wollen jetzt C impliziert A beweisen. Dazu nehmen wir natürlich wieder C in den Kontext. So funktioniert es immer, wenn man eine Prämisse beweisen will. Weil wir haben hier keine Konklusion, wo C impliziert A steht. Aber wir hätten hier A. Und wenn wir jetzt C in den Kontext nehmen, mache ich das wieder mit Assume. Und ich habe das diesmal Spam genannt. Denn das ist tatsächlich Spam. Ihr seht, wir brauchen dieses C überhaupt nicht, sondern wir wollen einfach nur A haben. Deswegen nehme ich jetzt Use 3. So. Und damit ist es schon bewiesen. Also es war ja unser letztes Ziel und wir haben es bewiesen. Der Beweis ist fertig. So, was machen wir jetzt mit dem Beweis? Wir können uns den Beweis anzeigen lassen. Also wir haben jetzt intern praktisch einen Beweisbaum gespeichert. Und das können wir jetzt anzeigen lassen und auch überprüfen lassen. Dafür gibt es den Befehl Check and Display Proof oder kurz CDP. Dafür gebe ich einfach nur Klammer auf, CDP, Klammer zu ein und schabe das ein. Und wir sehen hier, wir haben jetzt zwei Teile. Wir haben hier den Beweis angezeigt. Das ist so in so einer Art Baumstruktur. Kann man sich jetzt mal überlegen. Also beispielsweise fange ich mit der Annahme A, B, C. A implizit B, implizit C an. Wende A oder die A, nehmen A an und wende das drauf an und erhalte dann die implizit C. Und so weiter. Kann man sich mal überlegen. Das ergibt dann einen Beweisbaum, der am Ende eben unsere Beweisformel hat. Außerdem zeigt er uns hier noch an, dass der Beweis korrekt ist, welche Variablen verwendet wurden oder Freivariablen keine, keine impliziten Annahmen und so weiter. Man kann auch nur mit Check Proof, wenn ich hier Check Proof eingebe, zeigt er uns einfach nur an, dass der Beweis gut ist. Eigentlich braucht man meistens noch das, weil bei längerem wird Display Proof, was einfach nur DP heißt, sehr lang werden. Hier wird jetzt der Beweis nur angezeigt. Meistens braucht man eben letzteres nicht, weil es sehr lang ist. So, und als letztes möchte ich noch zeigen, wir können Beweise abspeichern. Die werden dann intern gespeichert in MinLog. Und können dann später wieder für einen anderen Beweis verwendet werden. In dem Fall nennen wir das einfach mal Theorem 1. Und dann gebe ich halt Save Theorem 1 ein. Und ja, Theorem 1 halt wieder als String. Und dann zeigt er uns hier an, dass Theorem 1 hinzugefügt würde als neues Theorem. Und so wird es intern gespeichert. Als Programmkonstante. Von diesem Typ im Endeffekt wieder, wie genau das ist, ist egal. Aber das hier ist so die interne Repräsentation. Also da brauchen wir das A, B, C. Das ist noch nicht. So, das ist jetzt erstmal das, was ich soweit zeigen wollte. Und beim nächsten Mal gehen wir dann weiter und schauen uns zum Beispiel auch an, was wir mit freien Variablen machen. So mit Prädikatenlogik und so weiter. So mit Prädikatenlogik.